Die Explosion des globalen Antisemitismus, die Hartnäckigkeit eines Diabolischen. Wir hatten uns, um herauszufinden, welches Verhältnis Marx zum Judentum oder auch zu seinem verleugneten oder auch nur religionskritisch abgelehnten Judentum hatte, etwas von Marxens früher Biografie zu erfahren. Hierbei konnten wir schon in seinen Abitursaufsätzen und seinem Briefwechsel unter anderem mit seinem Vater etwas von einer in damaligen jüdischen Familien üblichen Sozialisation erfahren. Insbesondere vom Geist, der über die bloß individuellen Interessen hinausgehenden Vorstellungen vom künftigen Berufsleben, die auf die menschliche Gattung bezogen waren und die auch die Gedanken von Denkern wie Lessing hinsichtlich des Judentums waren. Deren Erwähltheit im engen Kontext zur fremden Liebe stand. Nun ist das Transzendieren des bloß individuellen, des atomisierten Individuums, weder beim Judentum noch bei Marx, so beschaffen, dass darin das Individuum liquidiert werden sollte zugunsten der Gattung, der Gesellschaft oder auch nur der Klasse. Es wird ja auch später bei Marx davon gesprochen, dass die Entwicklung der Individualität Bedingung der Gesellschaft sein soll. Anstelle der alten bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Klassen- und Klassengegensätzen tritt eine Assoziation, so Marx, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Dass die Individuum nicht aufgeopfert, sondern entwickelt werden sollen, war allerdings auch die jüdische Vorstellung, die in die Über-Ich-Bildung Marxens von Anfang an eingegangen ist. In den Pariser Manuskripten finden wir eine Formulierung, die aber natürlich nicht die einzige ist. Der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung über das Individuum und ihrer Einheit zu widersprechen. Aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen, als solches sterblich. Masitek, den wir auch schon häufiger erwähnt haben mit seiner Studie von 1968, hat dies wie an manchen Stellen mit Textpassagen jüdischer Gelehrter verglichen. In der ersten Auflage 1921 von Franz Rosenzweig's Stern der Erlösung fand er dann auch folgendes Zitat Die Übereinstimmung findet er berührender, gerade weil der Marx, der 1844, als er das schrieb, jeden Glauben verneinte, hier mit Rosenzweig ein zutiefst Gläubigen übereinstimmt. Dass Rosenzweig wie Marx sich auf Hegel bezogen und ihn kritisierten, betont er auch. Marx hatte sich zwischen 1839 und 1841 in seiner Dissertation mit Hegel beschäftigt, sowie Rosenzweig in seinem Doktorexamen 1912, Hegel und der Staat. Die Phänomenologie des Geistes Hegels formulierte bereits Hegels Grundgedanken im Bezugsrahmen seines christlichen Verständnisses, das bei Rosenzweig und Marx sich schwerlich findet, das im Modell der Liste Vernunft mündet, einer Vernunft, die wie Smiths unsichtbare Hand des Marktes die Individuen aufopfert, wenn das Allgemeine sich durchsetzt. Dies hat auch Bedeutung dafür, wie das Verhältnis von Individuum und Gattung, Mensch und Natur gedacht werden. Denn das Verhältnis von Individuum und Gattung ist nicht verständlich ohne das Verhältnis des Individuums zum Tode. Erst einmal ein Zitat aus Hegels Phänomenologie des Geistes, auf die sich beide beziehen. Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das Furchtbarste. Und das Tote festzuhalten, das, was die größte Kraft erfordert. Die kraftlose Schönheit hasst den Verstand, weil er dies zumutet, was sie nicht vermag. Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung reinbewahrt, sondern das ihn erträgt und ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes. Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst findet. Diese Macht ist er nicht als das Positive, welches von dem Negativen wegsieht, wie wenn wir von etwas sagen, dies ist nichts oder falsch und nun damit fertig davon weg zu irgendetwas anderem übergehen. Sondern er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut, bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt. Hegel geht in diesem Kontext gegen die Verdrängung und der Verleuchnung des Todes an. Er ist zu, der Tod ist zu denken, wenn das Individuum über sich hinaus als Gattungswesen zu verstehen sein soll. Dies ist gar nicht so selbstverständlich. In den orientalischen Religionen war einst der Tod als ein Übergang in ein anderes Reich gedacht worden. Ist das nicht mehr so, dass das Individuum als also wesentlich endlich sterblich gedacht wird? Dessen Tod als empörender Abbruch. Der Tod wird also ab einer gewissen Stufe menschlicher Individuation zum Problem. Auf vormenschlicher war er natürlich ohnehin belanglos. Die Exemplare sind wie Wellen, die das Meer aufwirft und indem sie wieder verschwinden. Allenfalls Menschen erinnern sich zumeist an ihre verstorbenen Haustiere. Ansonsten handelt es sich um, wie Bachhofen sich ausdrückt, unbeweinte Schöpfung. Hegel spricht davon, dass das Individuum stirbt, weil es der Widerspruch ist, an sich das Allgemeine Gattung zu sein und doch nur als Einzelnes zu existieren. Diese Unangemessenheit ist der Keim des Todes. Mit der Vernunft des Menschen beginnt das Vernehmen der Natur in ihrer Entfremdung, ein Leiden, das unvernommene Natur nicht kennt. Hegel findet rechtens den Tod furchtbar, schrecklich, eben weil das Individuum seinen natürlichen Untergang erleidet und zugleich seine Unzerstörbarkeit an seinem Geiste erfährt, der stofflicher Veränderung sich entzieht. Man kann sich fragen, was der Geist einem nützt, wenn er dann doch im Individuum heruntergerissen wird und ewig verstummt. Die monotheistischen Religionen, die sich an das Individuum richten, nicht mehr an einen Stamm, haben die Erfahrung verarbeitet, nach der der natürliche Tod ein transitorisches Moment ausmacht. Natur und Geist, unauflöslich im menschlichen Individuum verbunden, kann der Mensch den Tod nicht hinnehmen. Das Individuum ist Geistwesen zwar, aber eben doch durch Natur beschränkt, wie die Natur selber auch beschränkt ist. Allgemeines, aber doch blindgeistig, wie Schelling das in wunderbarer Weise, in der Naturphilosophie, die Marx erschätzte, ausdrückte. So ist die Theologie des Monotheismus im Idealismus Hegels bewahrt. Die Weltreligionen konnten als Ausdruck eines Epochenwechsels begriffen werden, der mit dem ersten Schub der Entwicklung des Individuums sich unabhängig voneinander in unterschiedlichen Gesellschaften entwickelt hat. Durch den Bruch mit dem Menschenopfer, den der jüdische Monotheismus vollzog, das heißt der jüdische Gott, das Opfer, das Erforderte, dann doch verweigerte, zog die jüdische Ethnie, und das gilt bis heute, den Hass derer auf sich, die noch opferten oder das Opfer wieder, wenn auch als Stellvertretendes, wieder einführten. Jeder Jude ist, weil er überlebte, ein Mensch, der ohne Opfer leben kann. Dem setzt sich bis heute jeder Judenhass entgegen. Wenn das Gründungsmanifest der Muslimbrüderschaft lautet, Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg und für Gott zu sterben unser höchstes Ziel. Und Hassan al-Banna, also der Gründer der Muslimbrüderschaft, über seinen Leitartikel 1938 mit der Überschrift die Todesindustrie setzte, nicht als Horrorvorstellung, sondern als Ideal. Derjenige Nation, welche die Industrie des Todes perfektioniert und die weiß, wie man edel stirbt, gibt Gott ein stolzes Leben auf diese Welt und ewige Gunst in den Leben, das noch kommt und über die Liebe zum Leben herzieht. Die Illusion, die uns gedemütigt hatte, besteht in nichts anderem als der Liebe zum weltzugewandten Leben und dem Hass auf den Tod. Und wenn du erpicht bist zu sterben, wird es dir gewährt sein zu lieben. Wenn du dich auf einen edlen Tod vorbereitest, wirst du vollständiges Glück erlangen. 1946 wurde der Aufsatz unter dem Titel Die Kunst des Todes neu publiziert und bis heute stößt dieser auf begeisterte Resonanz. Und es gibt leider immer noch Anhängern, die den Tod der Mathe ja sterben möchten, um dann eine Lizenz zum Vergewaltigen von 72 Jungfrauen zu bekommen. Die Christen denken sich, dass Märtyrium als durch Jesus Christus am Kreuz stellvertretend vorzogen. Also, jener Wunderrabbi soll für die Sünden der ganzen Menschheit gestorben sein und jeder Mensch, der an Jesus als Gottes Sohn glaubt, soll durch diesen Glauben das Heil erlangen. Der Jude Jesus ist so denn auch das, was Christentum und Judentum verbindet, wie trennt. Gershom Schollem hat in seinem Aufsatz zum Verständnis der messianischen Idee im Judentum diese Trennung anhand des Unterschieds von christlichem und jüdischem Messianismus aufgezeigt. Im Christentum ist die Erlösung wesentlich ein Vorgang im geistlichen Bereich, im Unsichtbaren, etwas, was sich im Individuum, in der Welt, jedes Einzelne vollzieht und eine geheime Verwandlung vollzieht. Das Judentum konnte sich mit einer Erlösung auf unbegreifliche Weise in einer unerlösten Welt nicht abfinden und glaubte darum nicht an den Wunderrabbi Jesus als einziger Sohn Gottes, obwohl alle Juden sich, wenn sie gläubig sind, als Sohn oder Tochter Gottes sich verstehen. Aurelius Augustinus Kivitas Dei, also der Gottesstaat, hatte noch am weitgehendsten jüdische Kategorien, allerdings wesentlich umgedeutet, versucht beizubehalten und sah die Juden als Erinnerung an das Zeitalter des Vaters als auch als lebenden Zeugen an. Oder anders gesagt, sie sollten am Leben bleiben, was dann andere Christen doch etwas anders sahen. Warum alles dies im Kontext ist der Behandlung von Karl Marx? Es ist die Bejahung des Individuums, die auch Masicek betont, der im Werk von Marx einen jüdischen Humanismus am Wirken sieht. Je früher unentwickelte die Gesellschaft, desto größer die lebendige, unbewusste Sozialgebundenheit, je mehr die Gesellschaft sich entwickelt, desto stärker die Bejahung des Individuums. Diese Gleichung lässt sich leider nicht verallgemeinern, wenn wir den Nationalsozialismus und seine islamischen Ausläufer den Dschihadismus betrachten. Masicek führt das näher aus, indem er Edgar Morin übersetzt, was damit jetzt im Allgemeinen gemeint ist. Dort, wo sich die Gesellschaft auf Kosten des Individuums behauptet, dort, wo das Individuum dieses sich Behaupten gleichzeitig als wahrhafter empfindet, als dass seine Individualität dort schwinden Ablehnung und Schrecken vor dem Tod. Sie lassen sich erweichen. Der Sieg des bewussten Todesrisikos über das Todestrauma, dieser Sieg der Todesbereitschaft über die Angst vor dem Ende der eigenen Individualität und zugunsten des Weiterlebens der Gruppe, des Volkes oder der Gesellschaft bezeichnet den Beginn des Weges zu einer möglichen psychischen Beherrschung des Todes durch den Menschen in viel späterer Zeit. Liegt der Schwerpunkt augenblicklich der Individualität näher, so tritt das Todestrauma in den Vordergrund und damit der Wunsch nach individueller Unsterblichkeit. Liegt der Schwerpunkt bei der Sozialtranszendenz, so treten Todesschrecken und Unsterblichkeitssehnsucht zurück, ohne freilich zu verschwinden. Der Schwerpunkt ist also veränderlich und zwar sowohl in der Geschichte einer Gruppe oder Gesellschaft als auch im Ablauf eines Menschenlebens. Obwohl im Laufe der Menschheitsentwicklung die Freiheit zur bewussten Entscheidung nach einer der beiden Richtungen hin mehr und mehr gewachsen ist, besteht im Grunde deren Reziprozität weiter. Aber kommen wir noch einmal zurück auf Marxens Auffassung in den Pariser Manuskripten, also Manuskripten, die zur Selbstverständigung dienten und auch erst sehr spät veröffentlicht waren. Der Tod scheint als ein harter Sieg der Gattung über das Individuum und ihre Einheit zu widersprechen, aber das bestimmte Individuum ist nur ein bestimmtes Gattungswesen als solches sterblich. Das ist nicht Marxens einzige Aussage in einem Alter von 26 Jahren. Wir hatten die Parallele zu Rosenzweig ja schon erwähnt und dann Hegels Phänomologie des Geistes zitiert und auf die spezifische Konstellation von Allgemeinen und Besonderen hingewiesen. Der List der Vernunft bei Hegel. Da Marx 1844 noch als, wenn auch linker Hegeljahner gelten kann, seien einige judenfeindliche Äußerungen Hegels zitiert, die die Herr- und Knecht-Problematik angehen, die bewusstlos, strukturell auch in den Junghegelianismus hätten eingehen können. Im Wintersemester 1822-2023 finden sich bei Hegel, so da lehrt er an der Universität, Momente der Verachtung des Judentums als Verhältnis der Knechtschaft, aber auch ein antizionistisches Moment, das später auch bei Rosenberg und Hitler zu finden ist, nachdem Judentum und Staatlichkeit unvereinbar seien. Also Rosenbergs, der staatsfeindliche Zionismus, so eine Zusammenfassung aus Aufsetzen, aus dem völkischen Beobachter. Und ja, Hitler ist mein Kampf, dürfte mittlerweile wohl jeden schon irgendwie etwas sagen. Aber nun mal zu Hegel, ganz frühen Hegel, die Juden haben, was sie sind, durch den Einen, dadurch hat das Subjekt keine Freiheit für sich selbst. Spinoza sieht das Gesetzbuch Mose so an, als habe Gott es den Juden zur Strafe, zur Zuchtrute gegeben. Das Subjekt kommt nie zum Bewusstsein seiner Selbstständigkeit, deswegen finden wir bei den Juden keinen Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, denn das Subjekt ist nicht an und für sich seind. Wenn das Subjekt aber im Judentum wertlos ist, so ist dagegen die Familie selbstständig, denn an die Familie ist der Dienst Jehovas gebunden und sie somit das Substantielle. Der Staat aber ist das dem jüdischen Prinzip Unangemessene und der Gesetzgebung Moses fremd. In der Vorstellung der Juden ist Jehova der Gott Abahams, Isaaks und Jakobs, der sich aus Ägypten ausziehen hieß und ihnen das Land Kana angab. Die Erzählungen von den Erzvätern ziehen uns an. Jetzt sehen in dieser Geschichte den Übergang aus dem patriarchalischen Nomadenzustand zum Ackerbau. Überhaupt hat die jüdische Geschichte große Züge, nur ist sie verunreinigt durch das geheiligte Ausschließen der anderen Volksgeister. Die Vertilgung der Einwohner Kanaans wird sogar geboten. Durch Mangel an Bildung überhaupt und durch den Aberglauben, der durch die Vorstellung von hohen Werten der Eigentümigkeit der Nation herbeigeführt wird. Die Geschichte des israelischen Volkes gilt Hegel als Geschichte von Nomaden, die kontingenterweise sesshaft wurden, deren Geist aber noch das Nomaden Dasein fristet, entsprechend der Legende des Ahasver, des ewigen Juden, der zur ruhenlosen Wanderschaft verurteilt worden sei, weil er Christus auf seinem Kreuzweg Rast und Erquickung versagt hätten. Die Beziehung der sesshaften Hebräer zu anderen Völkern sei das der Feindschaft und Verachtung. Der Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten wird als halbherzig seelenlos und das Gesetz als bloßes neues Joch diffamiert, das Moses trotz des sklavischen Selbstbewusstseins der Hebräer gelangt. Sie reicht Hegel zufolge nicht für eine wirkliche Freiheit aus, sondern führt ein neues Joch. Dies steht in der Tradition der kantischen Deutung des Judentums als statutarischer Religion. Weiter Hegel Es ist kein Wunder, dass dieses in seinem Freiwerden sich am sklavischsten betragende Volk bei jeder in der Folge vorkommenden Schwierigkeit oder Gefahr durch die Reue Ägypten verlassen zu haben und den Wunsch wieder dahin zurückzukehren zeigte, dass es ohne Seele und eigenes Bedürfnis der Freiheit bei seiner Befreiung gewesen war. Der Befreiung seines Volkes wurde auch sein Gesetzgeber. Das konnte nichts anderes heißen als derjenige, der es von einem Joch losgemacht hatte, legte ihm ein anderes auf. Eine passive Nation, die sich selbst Gesetze gäbe, wäre ein Widerspruch. Dies verbindet Hegel mit dem Vorwurf der Antithese zur übrigen Welt, einer allgemeinen Feindseligkeit, die nur physische Abhängigkeit übrig lässt. Somit befänden sich die Juden im Ausnahmezustand. Eine allgemeine Feindschaft, so Hegel, lässt nur physische Abhängigkeit, eine animalische Existenz übrig, die also nur auf Kosten der übrigen gesichert werden kann und welche die Juden als Lehen empfingen. Diese Ausnahme, diese erwartete isolierte Sicherheit folgt notwendig aus der unendlichen Trennung und dieses Geschenk, dies Befreien von der ägyptischen Sklaverei, der Besitz eines honig- und milchreichen Landes, ein gesichertes Essen, Trinken und Begatten, sind die Ansprüche, die das Göttliche auf Verehrung hat. Wie der Titel der Verehrung, so die Verehrung. Jene Abhelfung der Not, diese Knechtschaft. Also alles Ziele, die man bei Marx natürlich eher als positiv finden. Eine klassen- und staatenlose Weltgesellschaft, in der niemand zu hungern braucht, wo es gesichertes Essen, Trinken und natürlich auch Liebe gibt. Gut, aber so weit war das ja Hegel. Das Leben nicht gewagt zu haben, wirft Hegel den Juden vor, so als ob er die dschihadistische Ideologie der Muslimbrüder schafften, ihr liebt das Leben, wie er den Tod anzisibieren wollte. Nochmal Hegel, diejenigen, die der Tod in der Wüste das versprochene Land nicht erreichen ließ, hatten ihre Bestimmung, die Idee ihres Daseins nicht erfüllt, denn ihr Leben war einem Zwecke untergeordnet. Nicht ein für sich Selbstbestehendes, sich Genügsames und ihr Tod konnte da nur als ein Übel und, wo alles unter einem Herrn steht, nur als Strafe angesehen werden. Vom Kriegsdienste waren alle frei, die ihr neu gebautes Haus noch nicht bewohnt, vom neu angelegten Weinberg noch keine Traube gegessen, mit der Braut noch nicht Hochzeit gemacht hatten, denn sie, denen ihr Leben jetzt bevorstand, hätten töricht gehandelt, für die Wirklichkeit, die ganze Möglichkeit, die Bedingungen des Lebens zu wagen. Es ist widersprechend für Eigentum und Existenz, dies Eigentum und diese Existenz selbst aufs Spiel zu setzen. Nur Heterogenes kann füreinander aufgeopfert werden. Eigentum und Existenz nur für Ehre, Freiheit oder Schönheit, für etwas Ewiges. Aber an irgendeinem Ewigen hatten die Juden keinen Teil. Dass die Juden nach materiellen Genüssen strebten, die Epochen des Glücks wird er noch später zu den leeren Blättern der Weltgeschichte zählen, widerstreitet Hegels Arbeitsmetaphysik, die den Zustand des bloß materiellen Glücks für nichts hält, wofür man sein Leben aufopfere. Diese Veränderungen, die andere Nationen oft nur in Jahrtausenden durchlaufen, mussten beim jüdischen Volke, so Hegel, so schnell sein. Jeder seiner Zustände war zu gewaltsam, als dass er hätte lange anhalten können. Der Zustand der Unabhängigkeit an allgemeine Feindschaft geknüpft, konnte nicht festhalten. Er ist zu sehr der Entgegengesetzte der Natur. Der Zustand der Unabhängigkeit anderer Völker ist ein Zustand des Glücks, ein Zustand schönerer Menschlichkeit. Der Zustand der Unabhängigkeit der Juden sollte ein Zustand einer völligen Passivität, einer völligen Hässlichkeit sein. Weil ihre Unabhängigkeit ihnen nur Essen und Trinken eine dürftige Existenz sicherte, so war mit der Unabhängigkeit mit diesem Wenigen auch alles verloren oder in Gefahr. Es blieb nichts Lebendiges mehr übrig, das sie sich erhalten und dessen sie sich hätten erfreuen können, dessen Genuss sie manche Not ertragen, vieles hätte aufopfern gelehrt. In dem Druck kam das kümmerliche Dasein unmittelbar in Gefahr, zu dessen Rettung sie losschlugen. Dies tierische Dasein war nicht mit der schöneren Form der Menschheit verträglich, die ihnen Freiheit gegeben hätte. Was Hegel dem entgegengesetzt, ist wiederum die Liebesreligion Jesu, die dem jüdischen Geist unbegreiflich scheinen muss. Hegel zufolge jedenfalls. Versöhnung in der Liebe ist statt der jüdischen Rückkehr unter Gehorsam eine Befreiung. Statt der Wiederanerkennung der Herrschaft die Aufhebung derselben in der Wiederherstellung des lebendigen Bandes, eines Geistes der Liebe, des gegenseitigen Glaubens, eines Geistes, der in Rücksicht auf Herrschaft betrachtet, die höchste Freiheit ist. Ein Zustand, der das unbegreiflichste Gegenteil des jüdischen Geistes ist. Also hier sehen wir, dass Hegel da sehr paulinisch denkt und natürlich auch protestantisch und wir haben und wir haben hier auch dann etwas, was es im Judentum natürlich nicht geht, nicht? Gibt also eine Entgegensetzung jetzt von Natur und Geist in diesem Sinne, also das dieser ganze Sachverhalt gilt auch für die Entgegensetzung des geistigen und natürlichen Bereichs der Welt, wie erhabender jüdische Gedanke auch scheinen mag, laut Hegel. Ähnlich Schelling gilt Hegel der Prozess des Lebendigen, insbesondere der Zeugung als Bildspender für die Auflösung des angeblich Toten Dualismus von Geist und Natur im christlichen Verhältnis von Vater und Sohn. Er schreibt, die Idee von Gott mag noch so sublimiert werden, so bleibt immer das jüdische Prinzip der Entgegensetzung des Gedankens gegen die Wirklichkeit, des Vernünftigen gegen das Sinnliche, die Zerreißung des Lebens, ein toter Zusammen Gottes und der Welt. Eine Verbindung, die nur als lebendiger Zusammenhang genommen und bei welchen von den Verhältnissen der Bezogenen nur mystisch gesprochen werden kann. Der am häufigsten vorkommende und bezeichnendste Ausdruck des Verhältnisses Jesu zu Gott ist, dass er sich Sohn Gottes nennt und sich als Sohn Gottes, sich als dem Sohne des Menschen entgegensetzt. Die Bezeichnung dieses Verhältnisses ist einer der wenigen Naturlaute, der in der damaligen Judensprache zufällig übrig geblieben war und daher unter ihre glücklichen Ausdrücke gehört. Das Verhältnis eines Sohnes zum Vater ist nicht eine Einheit, ein Begriff, wie etwa Einheit, Übereinstimmung der Gesinnung Gleichheit der Grundsätze und der Gleichen Eine Einheit, die nur ein Gedachtes ist und vom Lebendigen abstrahiert sondern lebendige Beziehung lebendiger gleiches Leben nur Modifikation desselben Lebens nicht Entgegensetzung des Wesens nicht eine Mehrheit absoluter Substantialitäten Also Gottes Sohn dasselbe Wesen das der Vater ist aber für jeden Akt der Reflexion aber auch nur für einen solchen ein besonderes Soweit Hegel um den Hintergrund zu haben vor dem Marx Verhältnis zum Judentum zu deuten ist Nun verleint der Jude Marx Religion überhaupt wovon ja auch Masizek ausgeht Darin unterscheidet er sich ja auch von Hegel und teilt auch die anti-judaistischen Momente Hegels in dieser Form nicht Wir hatten ja auch bei der Behandlung von Feuerbach bei der Behandlung von Feuerbach haben wir ja auch gesehen dass Feuerbach vom Wesen des Christentums das Christentum als höhere Form von Religion ansieht und in einer durchaus an Hegel orientierten Manier also das Judentum verwirft zugunsten eines Christentums das auch aufzuheben ist aber immerhin die vollendete Religion sei nicht das ist ja noch ganz hegelianische Tradition also wenn etwas vollendet ist nicht endet ist dann auch nicht also diese Doppeldeutigkeit von Vollendung Masichsek nimmt jetzt seinen Ausgangspunkt bei einem marxischen Spinoza Zitat nachdem die Glückseligkeit nicht der Lohn der Tugend sei sondern die Tugend selbst und das Zitat geht auch weiter und wir erfreuen uns derselben nicht weil wir die Lüste einschränken sondern umgekehrt weil wir uns derselben erfreuen deshalb können wir unsere Lüste einschränken man kann also an dem jungen Marx da ja noch entdecken wie sehr er auch von Spinoza abhängt das ist in seiner Dissertation hier ist auch Spinoza ganz und gar Jude wenn der Mensch als Genosse des Weltschöpfers gedeutet wird das im Bund sein mit Gott ist ja eine tragende jüdische Idee wobei allerdings das nicht mehr ganz der biblische Gott ist bei Spinoza sondern wie man der Gott der Philosophen nicht also Weichschädel hat da ein Buch da geschrieben der Gott der Philosophen es gibt also in der Philosophie Geschichte einen anderen Gottesbegriff also das ist dann immer ein Gott zu dem man nicht beten könnte so etwas spielt in der Marx Auffassung von Theologie auch eine Rolle und auch natürlich bei Feuerbach wo dann Gott als entfremdetes Selbstbewusstsein aufgefasst wird das lässt sich natürlich mit einem Gott an den man glaubt nicht so einfach machen das ist dann schon ein philosophischer Gott nicht aber gucken wir uns dann nochmal diese Deutung von Maschitek an nicht den wir letztes Mal ja auch schon häufiger zitiert haben bei Marx ist Gott überhaupt nicht mehr also weder der Gott Plutarchs noch der im gewohnt christlichen Sinn aber gerade damit ist Marx dem Gott Abrahams Isaks und Jakobs näher als alle jene die sich ein Bild von Gott machen und dieses für das den Juden geoffenbarte halten Marx Anknüpfung an Lucrez und Spinoza ermöglicht auch sonst tiefste Einblicke in sein Denken was das christliche Abendland als Gottlosigkeit wertet ist nämlich in denkbar höchsten sinnerfüllte Menschlichkeit eigentlich Gott Ebenbildlichkeit wobei auch diese Vokabel ihre Vermengung von Gott und Bild wegen stört nicht zufällig ist sie eingepasst in die christlich abendländische Mentalität und wird dadurch unjüdisch verstanden damit aber in einem der ursprünglichen Bedeutung extrem entgegengesetzten Sinn Das ist ein Grundgedanke davon Masicek dass die christlich motivierten Deutungen von Marx fehlgehen und gewisse Momente der Marx'schen Theorie dann gar nicht verstehen und das obwohl Marx ja sich dann doch als atheistisch verstand das müssen wir dann immer im Kopf haben also dass Marx aus verschiedenen Traditionen verschieden interpretiert wurde und manche eher den Weg zu einem authentischen Sinne seiner Schriften bedeutet und wieder anderen dann eben halt das eher verstellen als zu erschließen letztes Mal habe ich ja in kürzlich verstorbene Mosche Poston erwähnt der auch eine Marx Deutung geliefert hat die für die Neue Linke hierzulande eine große Bedeutung gehabt hat kommt aus Chicago also US-Bürger und hat aber doch in Frankfurt studiert und hat seine Marx Deutung wohl in ja also Marx lernte er erstmals kennen in Seminaren von Hannah Ah auch wiederum einer Jude also wir sehen dass da Juden durchaus in der Lage sind Marx in einem anderen Sinne zu verstehen als das jetzt Leute aus christlicher Tradition kommen das ist natürlich jetzt nicht ausschließlich so es gibt sicherlich auch christliche Deutungen die angemessener sind aber das sind dann immer Christen die mit dem Judentum wesentlich mehr anfangen können als andere Aber jetzt noch weiter im Text von Masicek Der Mensch in der Freiheit und Freude seines mit Natur und Mitmensch einträchtigen Schaffens dem dieses Mitbauen einer Welt dieses Verlebendigen des Lebens das Gute ist verlangt den Alltag als Zeit seines Wirkens und empfindet die Einschränkung des Lebens auf gewisse Höhepunkte als dessen Zerstörung Diese Haltung steht in Hass und Unverstand ein von den meisten Christen für biblisch gehaltener Infantilismus gegenüber der die Sinnerfüllung aus dem Alltag herausnimmt und auf das Fest verschiebt der den Sinn des Daseins im Nichtmehr-Dasein nämlich im Jenseits sucht der die Arbeit gelohnt sieht in Lohn und Freizeit nachher und die Tätigkeit in der durch sie produzierten aber außerhalb ihrer selbst liegenden Befriedigung Ein Stück weiter geht es so weiter Es ist wieder jene Haltung der Furcht die ihren letzten Grund darin findet dass man sich nicht selbst als Welt als die eine große Welt bildend tragend und verantwortend weiß und wissen will so eine Stellung zur Wirklichkeit hatte auch Hegels Phänomenologie des Geistes thematisiert Es ist sozusagen die Haltung eines Autofahrers der meint auf der Autobahn sich an einem Stau zu befinden und gar nicht bemerkt dass er der Stau ist mit allen anderen zusammen natürlich Marx Dissertation die sich mit antiker Religion und Philosophie beschäftigt bereitet auch schon in diesem Sinn die Kritik der politischen Ökonomie vor Es gibt da in diesem Anhängen zu dieser Dissertation jetzt eine Kritik also eine Darstellung und Kritik der Kritik der ontologischen Gottesbeweise Kants Die ist sehr interessant und sehr vorausweisend auch auf die Fetischismus Problematik so dass es sich lohnt hier noch einmal darauf einzugehen Magitek macht das übrigens auch das ist wir finden es ja auch bei Georg Lukacs in Geschichte und Klassenbewusstsein diese diese Passage auch Hegel diskutiert den ontologischen Gottesbeweis an den Stellen wo er von sein spricht und alle diese Texte hat Marx dort in seiner Dissertation im Kopf gehabt bearbeitet und es ist jetzt ganz interessant was er dazu schreibt also ontologischer Gottesbeweis Kants meinte mehr den von Descartes es gibt auch diesen von Anselm von Canterbury da geht es darum vom Begriff Gottes auf dessen Existenz zu schließen da wird also beispielsweise Gott als ein Wesen über das nichts Höheres hinaus gedacht werden kann gedacht und wenn man nicht etwas Höheres darüber hinaus denken könne dann hätte man ihn ja dann also wenn er jetzt nicht existieren würde hätte man ja noch nämlich die Existenz als etwas was über ihn als Begriff hinaus geht gedacht und deswegen ist es ein Wesen das durch seinen Begriff schon gewährleistet dass es existiert bei Descartes kommt das in ähnlicher Art und Weise wie bei Anselm von Canterbury ja auch vor aber es hat auch noch andere Varianten dass Gott eine so hohe Vorstellung ist dass ein Mensch sie eigentlich von sich aus allein nicht denken kann und dass deswegen auch Gott existieren müsse das ist das Moment Anticard was dann auf den Occasionalismus in meiner Branche und Konsorten vorausweist das ist eine Auffassung dass bei jedem Gedanken ist dann Gott als vermittelnde Instanz des Denkens dann immer anwesend also real präsent im Denken spielt übrigens auch in der islamischen Theologie eine große Rolle so etwas darüber gibt es aber ausreichend Literatur und Hegel hat ja die Beweisführung Kanz jetzt nicht dass er sagt ja sein ist gar kein reales Prädikat nichts was dem Subjekt eines Urteils etwas hinzufüge nicht und da hat er jetzt nun dieses und deswegen beschäftigt sich Marx da auch mit dem Gelde er hat nämlich das Hundert Thaler Beispiel Hundert Thaler und Hundert Thaler in meinem Vermögenszustand sind begrifflich identisch und also ist das eigentlich jetzt nur eine Beziehung zu meinem Vermögenszustand also die Existenz ist also kein reales Prädikat sondern ist die Beziehung des Subjekts zu den Gegenständen seiner Erkenntnis das hat Hegel dann eingeschränkt also so eine Argumentation könne man ja eigentlich nur bei endlichen Dingen haben aber doch nicht bei Gott nicht wobei Gott ist doch Begriff und Wirklichkeit identisch das macht ja nun gerade seine Erhabenheit aus auf beides bezieht sich dann Marx und vermittelt das in einem gewissen Sinne ich lese jetzt den Marx Text die Beweise für das Dasein Gottes sind entweder nichts als hohle Tautologien zum Beispiel der ontologische Beweis hieße nichts als was ich mir wirklich realiter vorstelle ist eine wirkliche Vorstellung für mich das wirkt auf mich und in diesem Sinne haben alle Götter sowohl die heidnischen als christlichen eine reelle Existenz besessen hat nicht der alte Moloch geherrscht war nicht der delfische Apollo eine wirkliche Macht im Leben der Griechen hier heißt auch Kant Kritik nichts wenn jemand sich vorstellt 100 Thaler zu besitzen wenn diese Vorstellung ihm keine beliebige Subjektive ist wenn er an sie glaubt so haben ihm die 100 eingebildeten Thaler denselben Wert wie 100 wirkliche er wird zum Beispiel Schulden auf seine Einbildung machen sie wird wirken wie die ganze Menschheit Schulden auf ihre Götter gemacht gemacht hat im Gegenteil kann das Beispiel hätte den ontologischen Beweis bekräftigen können wirkliche Thaler haben dieselbe Existenz die eingebildete Götter haben hat ein wirklicher Thaler anderswo Existenz als in der Vorstellung wenn auch in einer allgemeinen oder vielmehr gemeinschaftlichen Vorstellung der Menschen bringe Papiergeld in ein Land wo man diesen Gebrauch des Papiers nicht kennt und jeder wird lachen über deine subjektive Vorstellung komme mit deinen Göttern in ein Land wo andere Götter gelten und man wird dir beweisen dass du an Einbildung und Abstraktion leidest mit Recht wer einen wendenden Gott der alten Griechen gebracht hätte den Beweis von der Nicht-Existenz dieses Gottes gefunden denn für die Griechen existierte er nicht was ein bestimmtes Land für bestimmte Götter aus der Fremde das ist der Land der Vernunft für Gott überhaupt eine Gegend in der seine Existenz aufhört oder die Beweise für das Dasein Gottes sind nichts als Beweise für das Dasein des wesentlichen menschlichen Selbstbewusstseins logische Explikationen desselben zum Beispiel der ontologische Beweis welches sein ist unmittelbar indem es gedacht wird das Selbstbewusstsein In diesem Sinne sind alle Beweise für das Dasein Gottes Beweise für sein Nicht-Dasein Widerlegung aller Vorstellung von einem Gott Die wirklichen Beweise müssten umgekehrt lauten weil die Natur schlecht eingerichtet ist ist Gott weil eine unvernünftige Welt ist ist Gott weil der Gedanke nicht ist ist Gott was besagt dies aber als wenn die Welt unvernünftig wer daher selbst unvernünftig ist dem ist Gott oder die Unvernunft ist das Dasein Gottes das findet man also entweder in Ergänzungsbänden in der alten MEW Ausgabe oder im MEW 40 übrigens wenn da jemand das nochmal nachlesen möchte dieser Gedanke spielt dann ja auch eine Rolle in der Interpretation der eleatischen Philosophie auch bei Hegel übrigens letztendlich ist ja das also wenn man die Konstruktion seiner Logik anguckt ist das Sein dann in Wahrheit Reflexion dass was bloß nur ist nicht was Sein und Denken ist dasselbe heißt ist eins der Übersetzung jetzt von Parmenides nicht dem mediaten ja was ist denn jetzt nun an Sein das unmittelbar mit dem Denken identisch ist was ist es anders als das Selbstbewusstsein das nimmt Marx jetzt so auf das sind durchaus noch hegelische Gedanken aber dann schon gegenüber Hegel hinausgehend in dieser Interpretation des ontologischen Gottesbeweises und der kantischen Kritik daran steckt im Grunde schon die Religionskritik Marxens wie seine Kritik des ökonomischen Fetischismus und bei Feuerbach finden wir ja auch ähnliche Gedanken schon mal nicht es besagt ja tatsächlich was für Vorstellungen die Menschen haben wirkt real und fordert vom Menschen Opfer ja Menschenopfer wobei sich Vorstellung und Bild verhalten wie Absicht und Ausführung der Tat da können wir für die Antisemitismus Problematik ja noch einmal viel lernen ich nehme dann das allbeliebte Beispiel wer wirklich daran glaubt wenn er möglichst viele Juden umbringt käme ins Paradies und dürfte dann 72 Jungfrauen vergewaltigen also das sollte man dann ja durchaus ernst nehmen er ist eine Gefahr für die ganze Menschheit wer wegen 72 Jungfrauen Juden umbringt dürfte auch wenn keine mehr da sind dann den Rest der Menschheit umbringen wollen nicht sind ja alles Ungläubige nicht dann was er dann später also da Marx auf die Ökonomie überträgt haben wir ja schon im Kontext der Interpretation der Thesen von Mosch Poston gelernt aber wir finden auch durchgegend bei Marx solche Formulierungen so nennt Marx das Geld die sichtbare Gottheit die Katholiken nennt er wegen ihrer Sakramente Fetischdiener und ihre Religion katholisches Heidentum dass er Katholiken besonders nicht mag also insbesondere Jesuiten kann man bei Marx ja auch sehen das hängt mit der Geschichte auch der Konvertiten der damaligen Zeit an zusammen die Konversion der Familie Marx war eine zum protestantischen Christentum was durchaus mit dem veränderten Bild der Juden zu ihrer Ethnie zu tun hat mit der Konfessionalisierung also des Judentums nach dem Vorbild des protestantistischen protestantistischen Christentums in dem Fall bei der Familie Marx in einem katholischen Gebiet wie Trier Marx war sich durchaus hegelianisch bewusst welche Macht die Ideen haben allerdings später genauer formuliert unter der Bedingung wenn ein Interesse daran sich verbirgt und formulierte wir haben die feste Überzeugung dass nicht der praktische Versuch sondern die theoretische Ausführung der kommunistischen Ideen die eigentliche Gefahr bildet denn auf praktische Versuche und seien es Versuche in Masse kann man durch Kanonen antworten sobald sie gefährlich werden aber Ideen die unsere Intelligenz besiegt die unsere Gesinnung erobert an die der Verstand unser Gewissen geschmiedet hat das sind Ketten denen man sich nicht entreißt ohne sein Herz zu zerreißen das sind Dämonen welche der Mensch nur besiegen kann indem er sich ihnen unterwirft das war schon im Jahre 1842 eine Kritik an der Augsburger Allgemeinen Zeitung die in der Rheinischen Zeitung Sympathisanten mit dem Kommunismus entdeckte und einen ironischen Untertun ergibt sich allerdings aus dem Kontext dieses Briefes von Marx allein mit Recht schreibt er dort die Augsburgerin unser Missverstand Die Wichtigkeit was in der Dissertation davon spricht dass das Leben nicht vergeht sondern nur das einzelne sein ist das oberflächlich gesehen ganz egel aber eben dann doch nicht was man übergeht wenn man ihn nicht aus seiner Familientradition sondern christlich abendländisch interpretiert wie Masiček anhand Ludwig Landgräbes Interpretation herausarbeitete wonach an die Stelle des absoluten Geistes die Menschengattung tritt was sehr feuerbachisches klingt aber schon vor der feuerbach these treffen wir hier auf ein durch das jüdische Erbe bestimmte Kritik an Geschichtsphilosophie und List der Vernunft dann nochmal Marx das ist jetzt mehr Riesen Manuskript es ist vor allem zu vermeiden die Gesellschaft wieder als Abstraktion dem Individuum gegenüber zu fixieren das Individuum ist das gesellschaftliche Wesen seine Lebensäußerung erscheine sie auch nicht in der unmittelbaren Form einer gemeinschaftlichen mit anderen zugleich vollbrachten Lebensäußerung ist daher eine Äußerung und Bestätigung des gesellschaftlichen Lebens das individuelle und das Gattungsleben des Menschen sind nicht verschieden so sehr auch und dies notwendig die Daseinsweise des individuellen Lebens eine mehr besondere oder mehr allgemeine Weise des Gattungslebens ist oder je mehr das Gattungsleben ein mehr besonderes oder allgemeines individuelles Leben ist als Gattungsbewusstsein bestätigt 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 Mensch sein reelles Gesellschaftsleben und wiederholt nur sein wirkliches Dasein im Denken wie umgekehrt das Gattungssein sich im Gattungsbewusstsein bestätigt und in seiner Allgemeinheit als denkendes Wesen für sich ist Masizek kommentiert diese Passage Marx dachte als Jude und ist nur als solcher zu verstehen dass er das selber nicht wusste war die Tragik seines Lebens und es ist die Tragik des Marxismus dass er über Marx nicht hinaus gefunden hat zum Verständnis des Marxischen Denkens gehört zuerst das Verständnis von dessen Quellgrund dem Judentum und der messianischen Integration des individuellen Todes daran mag es liegen dass Marx gerade von den Quellen die seinen wesentlichen emanzipatorischen Gedanken trugen nämlich das Judentum zu wenig wissen wollte und sich allzu sehr zeitweilige auch an die antisemitischen Tendenzen des Jungkegelianertums anlehnte sie aber dann in seiner Kritik doch nicht übernahm das ändert an seinem nicht dümmlichen Atheismus allerdings auch nichts dieser Gedanke ist jetzt das nächste mal dann fortzusetzen lassen